Gestartet? Hallo! Ja, ich hab gerade eben gestartet. Also, hier der Nackt-Alb unterwegs mit der Cicada 3M. Das ist die mit dem ECM-Modul. Leider habe ich noch nicht die passende XL-Engine, weil ich geistig bin wie Lump. Und deswegen habe ich nur zwei, statt zwei Peps, eine ER-Pep und einen Laser drin. EIN LASER! Ich habe jetzt hier einen formschönen Spider 5K in der Champion Edition, weil ich erfahren habe, dass ich natürlich alle drei Spider aufwählte fahren darf. Ja, für die Master-Skills, ja. Das ist eigentlich ganz toll. Das ist ja super, ja. Ja, da ist er. Ja, ist er klasse, ja. Danach weißt du ja, die Einheit braucht mehr Raven, ne? Hä? Hä? Echt jetzt? Was? Vor kurzem hieß es noch Raven. Äh, voll scheiße, wie kann man nur Raven kaufen? Da-da-da-da-da, ein Speckdog. Ja, oder? Was denn? Ja, das hieß es neulich noch. Ja, ähm, gibt, äh, immer zu allem verschiedene Meinungen. Ach man, ich hasse River City, ey. Jedes Mal, als ich das sehe, kriege ich direkt schon wieder einen Hals. Das ist echt so, ey. Kriege ich einen echten Hals. Kriege ich Dünnpfiff, ey, wenn ich so eine Scheiße sehen muss. River City. Jedes Mal zum Kotzen. Äh. Riverside, motherfucker. Ich hasse es nicht. Und wieso jetzt auf einmal doch wieder, äh, Raven? Ne, du, das ist nur verschiedene Meinungen. So, also, äh, time out with the most games is running. Ja, ich hab gehört. Immerhin ist kein Assault drin, Alter. Immerhin das. Wieso sind die scheiße, oder wie? Assault of River City ist total geil. Weil, stell dir mal vor, zwölf Rhesusaffen aus dem einen Käfig bewerfen sich mit Pupu, mit zwölf Rhesusaffen aus dem anderen Käfig. Ach so, du meinst. Inzwischen drin ist ein gewöhnlicher Laborflur. Macht total Bock und stinkt in der Bauch genauso so. Oh Gott, ey, ist, äh, ne. Und mittlerweile, ja, äh, ist es so, dass, äh, irgendeiner da nach vorne stürmt, weil er sich denkt, ich halt's nicht mal aus vor langer Weile. Ähm, weil auf dem Gang eine Stunde auf dem Dozenten warten mehr Spaß macht, als hier auf River City zwischen den Gebäuden zu warten, dass man keine LRM ins Kreuz kriegt. Ähm, und derjenige läuft dann nach vorne und rennt in das feindliche Team rein oder in die feindliche Türme auf das Ort, was auch total Bock macht. Und dann geht's mit Flamen los. Waaah, guckt ihr mal unser Team an, steht aus die Idioten. Waaah. Waaah, 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 waaah. Die Allianz der stehen gebliebenen zwischen den Äußer, na, und das sind dann nicht die, jo. Äh, wo gehen wir hin? Ich würde sagen Richtung Epps, oder? Oder Fox? So schnell wie möglich sterben. Äh, wo ist Epps und Fox? Achso, E oder F, halt ich glaube, ich bin dabei. Ich bin am Start. Weitere kurz, da hinten sparen doch die anderen. Oder? Jo. Keine Ahnung. Ja, gewiss, aber ich bin ja auch nicht hier, um Frieden zu stiften. Ah fuck, ich hab nur diese lumpigen Maschinen ganz, ne. Ich bin hier ganz allein, ne? Ich bin hier ganz alleine. Guck mal zu dir. Ah, da ist was groß ist. Zack, brauche ich es in. Ich bin da. Da ist direkt was am Fluss zieht. Ah, da ist was groß ist in der TNL. Im Gottes willen, alle anderen sind hinten dran. Scheiße, sie schießt auf mich. Das ist Police Brutality. Ich hab mich wieder vorne gezündet. Wo? Ja, bei D3. Äh, hör mal, hier irgendwo auf C4. Oh, heilige Scheiße, Viktor. Mann, warum lauf ich eigentlich überall nur noch rein? Ich kann einfach kein Light spielen, Leute. Es ist einfach was für's. Es tut mir ja leid, aber das liegt mir nicht. War das jetzt gerade ein... War das jetzt gerade ein schlechter Wortwitz auf das Wort Light? Was machen die da hinten? Double Dragon oder was? Mann, nein, ey. Ey, die machen ein indisches Kind mit mir. Ich bin gestolpert. Kommt, gestolpert. Kommt, gestolpert. Ausbrechen, ausbrechen. Mann, ey. Ich bin schon wieder... Ich seh schon wieder aus wie ein Obstsalat, Mann. Alles ist gut und gelb. Du hast doch noch 51%. Das ist doch gut. Ja, geil. Richtig geil. Ja, stimmt. Äh, Schwackeliste dreht durch. Ey, egal wo ich hingucke, ich seh irgendwelche Blutze auf dem Radar und ich hab noch null Schaden gemacht. Siehst du noch Schwänze? Ja, echt jetzt. Ich seh nur noch Schwänze. Egal wo... Du läst rum und es kommt Schwanz in Sicht. Ach, halt zum Maul, ey. Ach, halt zum Maul, ey. So, mach ich's halt lame. Stell mich irgendwo hin. Da hinten, Hunchback. KPK, 4P. Hashtag lame. Ey, der ist jetzt noch 800 Meter entfernt. Ich muss nur den Killer Fist kriegen. Von alleine fahren sich die EP nicht. Oh ja, haben die schon gekillt oder was? Ne, der lebt noch. Ist der falsche? Wo ist der scheiß Hunchback? Ach, der ist wohl tot. Dann ist jetzt der Yin-Lowang. Da kommen ein paar große Ziele über die Mitte in Richtung Cäsar 3. Mh, haben wir gerade mal schön gezeigt, wo der Froschlocken hat. Übrigens, ich bin gerade aus dem Latschen gekippt, weil jemand sich genauso feiger verhalten hat wie ich. Schade, schade, schade. Das ECM schützt im Übrigen, falls sich das jemals irgendjemand gefragt hat, nicht vor PPC einschlägen. Wollte ich nur gesagt haben. Gut, also wir sind hier wieder drin bei Maros Liebling. Er ist unterwegs in der retro 60er Jahre Sicht. Wir haben hier, oh, oh, oh. Wir haben hier einen große Katapult. Mann, du scheiß Blöcke! Die Katapult hätte ich jetzt schön hinten reingeben können. Ey, das ist ein Yin-Lowang, der passt bloß auf, der macht einen High-Dain-Damage. Ich mein's echt ernst, gell? Der ist brutal. Geil, du hast ihm die AC, oder irgendeiner hat ihn mit AC weggeschossen. Ähm, ja, übrigens hat er, ähm, Maros Liebling, das kam jetzt wahrscheinlich auf der Aufnahme falsch über, er hat kurz Stopp gemacht, als der andere Mech vorhin vorbeigelaufen ist. Hab ich auch. Ähm, und hat ihn nicht ins Kreuz geschossen mit mehreren Schuss MG. Falls es auf der Aufnahme anders rüberkam, ich weiß es nicht genau. Jawoll! Jawoll, das ist richtig gut. Hier, direkt nach Verfolgung, und da kippt er weg! Ja, wuh! Saugeil, ey! Jetzt macht den da oben fertig. Zeig mal, ob er das hat. Löner Fixer! Nicht so direkt vor ihm, nur. Achso, er ist hinter dir. Äh, du bist hinter ihm? Okay, alles klar. Oh, oh, ein Atlas! Komm schon, ich spuck dir ins Auge und blende dich! Ja gut, die beiden PPC kann er gegen dich nicht einsetzen. Er hat also noch zwei SRM6 plus Artemis und eine Ultra AC5. Und das ist jemals für kurze Reichweite nicht... Woa, die stehen bleiben! Scheiße, Mann, geht da nicht hin! Woa! Oh, 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 jetzt wird er geblockt. Ja, 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 ja! Das ist sehr geil, was du da machst. Geht doch weg. Ja, die scheiß Beine erfährt nicht! Oh, scheiße, du hast ein Bein verloren! Oh, scheiße, oh, scheiße, oh, scheiße! Jo, Mann, Weißbrot, das ist dein Ende! Oh, scheiße! Scheiße, das Weißbrot hat nicht vorweg gekrat, Weißbrot! Alter, mit vier Mächeln ganz, da habe ich 180 Schaden gemacht. Jo, Weißbrot, das war voll geil von dir! Oh, scheiße, Mann, steht 3 zu 10, ey. Die anderen haben genauso große Flaschen wie ich heute. Bip, 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 bip! Uhu, vier zu zehn! Hugo, wirk ihn! Hugo, wirk ihn! Guck mal, die anderen haben auch noch Assaults, was sitzt ihr hier? Heilige Scheiße! Ja, mir kam es schon so vor, als wenn die anderen zu viele Assaults gehabt hätten. Also ich habe mir, glaube ich, zwei Togen gesehen, Atlas, hier, hast du nicht gesehen. Und, was mache ich? 80, 800 EP. Oh, Gott, ich kann es mir gar nicht angucken, ja. So, ey, also, passt mal auf. Ja, wir nehmen jetzt heute noch direkt noch eine Folge auf, die kommt morgen online. Und morgen werden wir hier weggeflasht sein. Weil morgen werden wir so hart die Scheiße rocken, das wird einfach nur krass. Alles klar, bis dann, ciao! Tschüss!